Holly und Adam waren ein glückliches Paar und erwarteten nun endlich auch ihr erstes Kind. Am 6. September letzten Jahres war es denn endlich soweit und sie durften einen neuen Menschen in ihrem Leben begrüßen. Es schien alles perfekt zu sein, doch bereits nach wenigen Tagen fühlte sich Holly merkwürdig, abgespannt und konnte nachts nicht mehr einschlafen. Sie war aufgeladen und trotzte nur so vor Energie und Kraft. Was sich zuerst als amüsanter Nebeneffekt der Schwangerschaft bemerkbar machte, entwickelte sich letztendlich aber zu einer ernsthaften Wochenbettpsychose. Bei dieser schweren Erkrankung kommt es zu einer Stimmungsveränderung direkt nach der Geburt. Ein Arzt beschreibt es wie folgt. Die Wochenbettpsychose ist eine mentale Störung, die in den meisten Fällen in den ersten Tagen oder Wochen nach der Geburt auftritt. Der Zustand weist des öfteren manisch-depressive Stimmungen auf, sowie einen Mix aus positiver Stimmung und negativer Stimmung, die sich schnell ändern. Es können ebenfalls Wahnvorstellungen, Halluzinationen und ein verwirrtes Denken auftreten. Auch Holly war in einigen Momenten kurz davor, sich das Leben zu nehmen, doch durch die Hilfe von Psychologen konnte sie am Ende geheilt werden und nun führt sie ein ganz normales Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017